Amazon Retourenware. Dies ist ein Beispiel für einen Artikel aus Ihrer Lieferung. Sie öffnen den Artikel zur Prüfung. Bitte vorsichtig, damit die Verpackung so wenig wie möglich beschädigt wird. Sie prüfen die Eigenschaften, Sie prüfen die Funktionalität, Sie prüfen die Farbe und ob alles dran und drin ist. Hier sehen Sie eine kleine Beschädigung, also müssen Sie den Artikel als gebraucht verkaufen, aber in gutem Zustand. Sie gehen zum Computer und schauen bei Amazon, welchen Wert dieser Artikel hat. Dieser Artikel im neuen Zustand, also neu, sieht genauso gut aus wie Ihrer, kostet 189 Euro. Da Ihr Artikel aber gebraucht ist, schauen Sie auch bei eBay. Dort sehen Sie, dass der Artikel nur einmal vertreten ist, und zwar in der Farbe Rot. In einem schlechten Zustand, wie Sie sehen, der wird dort für 99 Euro verkauft. Also können Sie Ihren Artikel getrost für 130 Euro verkaufen. Viel Erfolg!